Mahlzeit. Heute kommen wir zu Türchen Nr. 10. Oh, schon ein bisschen beschädigt. Sauce Contour, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Schärfe Stufe 1. Aha, okay. Hier sind Piment de Espelete Chilis drin. Okay, von denen habe ich noch nie was gehört. Das wird interessant. Also da bin ich echt gespannt, weil die sagen mir jetzt gar nichts. Aber Schärfe Stufe 1 kann ja nicht so schlimm sein. Heute mit Banane. Jetzt noch ein bisschen nach Chipotle. Guten Appetit. Hm? Es kribbelt ganz leicht. Hast du ein Stückchen mit drin? Hm? 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 Ja? Oh. Ja? Ja, dann sehen wir uns morgen wieder.